Hallo? Schneck. Ah, jetzt hebt sie wieder. Hallo? Ja dann passt ja. Alles gut, alles wichtig gemacht. Die musst du noch mal einen Stubsen Poppes bekommen. Wow, wow, was haben wir denn da? Du Arsch, bringst die Schnecke um. Ja, ok, das tue ich mir selber weh, aber schaff' was. 6,7 HP. So weak. Wie, du kannst komplett über... Nee, den ganzen Berg? Alter, das ist ja krass. Den ganzen Berghof. Ohne Schaust du gelesen? Wir brauchen so einen neuen Affen. Der kannst Berge hochklettern und du kannst den Berg runter springen, der kriegt keinen Fallschaden. Äh, geil. Boah. So. die Tür. Und stell's auf Patten. Weil du doch so liebst diese Dinge. Warte kurz. Das müssen wir vorher erklären. Ach, passt. Ah. Nee, uuuh. Okay, vorsichtig. Tu's nicht kipen zu meiner Schnecke. Die hat ein Leben. Boah. Jaaaa. Jaaaa. Alter, was ist mit dir? Sowas kommt nicht vor meine Türe. Einfach drrrt, 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 drrrt. Was? Wir passen auf hier. Das ist mit allem so. Da. Mach mal die Didos hier weg. Nies mal. Wenn du weit weg bist, machst du null Schaden. Ja, ja. Ich kenn's ja eigentlich, aber dass es so stark ist. Ich dachte, er ist genau so. Bist du näher und du kommst? Halt, hallo. Oh, jetzt bin ich festgepackt gewesen. Das ist nicht cool. Der Rutschdeko hält jetzt viel aus. Der hat halt Panzerung. Einfach rein in eine Schnecke gefunden hier. Oh, cool. Hat schon den Dienst getan. Ich find das halt mega geil mit einem Monalker. Ich suche ja die ganze Zeit einen Alpha, aber ich find's nicht. Wir haben ja gesehen, nach dem Wipe waren einige da. Ja. So eine Affenbande können wir auch mal irgendwann vornehmen. Können wir ja zusammen machen. Wo sitzen die Affenbanden? Wo sitzen die Affenbanden? Ah doch, Redwood, schau. Mhm. Jo, ich hatte vorhin da einige. Keine Ahnung, aber es waren irgendwie drei oder vier zusammen und dann... Die sind wild, sag ich dir. Oh, take it. Was ist das mit der Stamina eigentlich hier? Ich kriege echt meine Stamina. Kann man das, das, das Grab Metal, also das auch einschmelzen? Ein normales Metall oder was? Ja, ja. Und der ist ja doch nicht zu lang. Da ist doch ne Schlange, geil. Wie schon sagt man, wer da ist? Die tun ja nicht angreifen, die Küche. Mal wieder. Stego. Mehrere. Ach, da ist aber ein scheiß Dilo. Oh, Hilfe. Nein, 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 nein. Ich habe dir nichts getan. Oh nein, du tötest alle, alle Dinger. Warum bin ich gestunnt? Was habe ich getan? Was ist denn hier? Ne, die haben nicht... Okay, die... Was machen die? Ach, der eine Dinger ist immer noch da. Jetzt tötet doch den scheiß Dilo da mal. Hört mal auf zu kämpfen. Was ist denn mit euch? Wohl schaust du das anzugreifen, ne? Geil. Da können mich wenigstens die Mantas nicht anspringen. War hier nicht noch eine? Haben sie die anderen umgebracht? Doch, hier ist noch eine. Haben sie voll verschont. Äh, antwort Lars, ja. Fragt er mich, obwohl er mich kennt, wie viele? Ich glaube ich spinne. Schau dir einfach an, wie viele Beete er hat. Immer, genau. Immer an Beeten hochrechnen. Ja, habe ich ja gemacht am Anfang. Habe ich ja zufällig welche gefunden. Aber warum nicht das zu Hause haben? Na, warte mal die nächsten Tage ab. Du kannst da nicht um die Beete herumschauen. Die, die sind quasi, äh, dann irgendwann die Wände des, des, des Gebäudes. Wer braucht schon Wände, wenn der Beete hat? Was ist denn hier eigentlich? Ich glaube davon hast du dich nie erholt. Ich habe, es gibt viele dieser kleinen, dieser Tiere. Der, der neuen. Diese Äffchen. Diese Äffchen dieser Pflegefiecher, die wir auch haben. 150er Mantis. Hier, dann hol dir die. Den hole ich mir. Wie viele Hörner brauchst du? Keine Ahnung. Wieso geht denn dieses Track eigentlich nicht mehr? Un-Track-All. Un-Track-All. Achso, weil anscheinend musst du irgendwas an-Tracken. Weißt du, irgendwas war komisch. Titan-Boar. Schau ich meine Rüstung aus hier. Der Sack stockt immer auf meine Rüstung. Die halten zusammen oder was hier? Ich habe glaube ich noch ein bisschen mehr Leben, die wir haben. Also hier sind halt vier Millionen Stege. Ist ja Wahnsinn. Hä? Eine ist fertig. Wenn du eine Stege brauchst, hier gibt es alle. Dung-Beatle ist da auch da. Ah cool, deswegen bin ich ja da. Hallo Stego. Hallo Dung-Beatle. Kann ich hier absteigen, einfach so? Ja, natürlich, klar. Immer scheiße dabei haben. Manchmal ist auch Fuß wieder, habe ich genommen. Ist noch schlimmer. Aber jetzt habe ich hier die scheiße in der Tasche. Ich sehe noch weiß mit dir. Also ich sage dir mal eins, so viel wie ich finde hier. Das werde ich machen. Finde ich zehn, hole ich zehn. Finde ich einen, finde ich eine mit. Ich stelle dich nochmal Back. Gretland-Gretland-Gretland-Gretland her. Da, in dem Ding da. Genau da. Medikamente, Back. Zitrone. Karotte. Ja. Gags. Was? Das hast du noch als angebaut oder nicht? Nee. Ich werde, dass mein Nachbarn hatte, dachte ich mir schon. Ja, kannst du haben. Ich habe jetzt ganz viel von dem verbraucht, aber auch wieder neu angebaut. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Also nicht, nicht umsonst. Morgen gleich nochmal zehn mehr anbauen. Also pro Ding, pro... Du weißt schon. Zitrone und Karotte. Wo ist denn das Scheiß-Trag? Alles leer hier. Das kann doch nicht sein. Hast du keine einzige, schau doch nach, tu doch nach, ob du welche hast irgendwo. Ich habe keine Sachen. Warte. Genau, pro Gemüse. Ja, exakt, exakt. Mindestens. Ich kläre das kurz. Alter, vor meiner Base wächst nicht mal mehr Gras. Tja, du hast da aufgeräumt. Hast einfach geklatscht alles. Die Base ist so groß, dass sie so viel spawned protected. Da ist ein... Da ist ein Alpha. Ich habe ein Alpha hier. Alpha Kano. Muss mal kurz hier weg. Steig doch auf. Steig auf. Ach, das ist der Falsche. Mais. Kartoffeln. Wir haben keine Karotten-Saat gekriegt, oder was? Hallo, E-Taste. Ich habe schon zehnmal gestorben, wenn ich nicht in Sicherheit wäre hier. Da. Karotte, jetzt haben wir alles. Alpha Kano, 123. Mensch, ich schaff die? Boah, der hat 23.000 Leben. Ohhhh. Geht, oder? Geht, 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 geht. Weiß nicht genau. Ich tu den mal wieder zurückschubsen. Der kommt nicht an mich ran, lol. Okay, so geht's. Okay, range... Range main. Range main. Voll geil. Das ist ja Hammer. Also ich kann dir die Sachen geben, wenn du es nicht... Wer, du machst meine Schnecke kaputt. Und Stego, geh aus der Range. Deine Schnecke lass ich ihn dir. Ich bin nicht so. Nicht du. Der Kano hier. Der Stego sollte sich nicht einmischen hier. Ich hab Bock den auch noch zu kämpfen. Also ich hole die Schnecke, ich geh den Alpha und dann komm ich dann. Ja, 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 ja. Okay, jetzt hat sich der Alpha da eingebunden. So hat der, ey. So hat der, der Typ. Ich hab' ich gleich noch anderen töten müssen. Wegen Level und so. Ist mir egal. Alles? Du bekommst immer so klasse Sachen. Ich bekomm nur irgendeine Scheiße. Was bekomm ich denn da? Irgendwelche Achsenkackele. Mach' nochmal Leben und dann mach' ich den mit 10.000 Action. So, wo ist denn meine Schnecke hier? Da. Dann die anderen zwei und dann bin ich wieder ein, komm ich. Ich hab's doch noch Dunk Beatle gesehen hier, aber egal. Machen wir gleich. Ach, ich hatte Level Up wegen dem. Okay, stimmt. Dann krieg ich immer viele Punkte. Aber nochmal Widerstand, hab' ich Bock. Ich weiß gar nicht, ob... So wirklich Widerstand bringt jetzt auch nichts. Ich hab' jetzt schon bald 50 Widerstand. Ich glaub' das bringt erst ab 100 zu was oder so. Ich habe... 64 und das geht schon. Jaaa. Jaaa. Schon, aber irgendwie geh' ich ins Eis und frier' trotzdem. Einfach so. Okay, ich brauch' noch Gilly... ...Handschuhe und... ...Brüstung. Ich brauch' noch Gilly... ...Handschuhe und... ...Brüstung. Wie cool, die machen schon die Arbeit hier. Weil nur Gilly-Klamotten... ...reicht ja nicht, ne? Ne, ne, das reicht nicht. So, ich komm' dann. Was brauchst'n jetzt? Zitronen und Karotten. Ne, wie viele? Äh, zwei von jeder Sorte. So. Oder? Ja, zwei... Ne, vier von jeder Sorte. Ah, der vermüll ich hier habe, eh. Ich tu' mal gleich diese eine Mod da drauf, ey. Laas, sag' ich hier. Die Deconstruction Bench da. Das ist die ganze Scheiße. Ich hab, ich hab Titan-Bore-Vanum. Wie hier. Ähm, ähm. So, ist hier Futter drin. Sooo... Das geht jetzt auch wegschmeiß, scheißegal. Das... 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 Ja, bin am Stort. Bist du da? Ich sortier' grad' noch mal kurz ein. Ich hab' ganze Taschen voll, Leute. Karotten ist auch schon voll gekillit. Bin ich auch die ganze Zeit schon. Was denn hier alles ist? Hier ist ja Welt... Alter. Ist die Scheiße wieder aufgesammelt hier. Das da. Das da. Das da. Moin. Ich zieh's gleich zu mir, das Ding. Ich tu' nur kurz in der Nähe noch ein bisschen befruchten. Ich mein, äh... Ein paar Sachen rein. Ich war zwei Stunden auf Axie, Mann. Voll geil. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Okay, also. Dann schieß' mal los. Ich hol... Ich pull das zu mir. Was noch was noch mal? Zitrone, oder? Zitrone? Hm. Hm. Okay. Was noch? Und... Karotte. K... Ro... Ro... Ro-Karotte. 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 Und? Fertig, oder was? Das war's. Hm... Hier. Einmal 100, nochmal 100. Bitteschön. Dankeschön. Da hat Karotte vergessen. Ah. Irgendeinen anderen Mist auch gesammelt. Ja, das ist was ich untergebrochen hab. Die Spitzhacke und... Das... Alles... Alles weggetan. Ja, Beste. Ich war's nicht. Beste hab ich noch... Mais hab ich bloß 250? Im Ganzen? Ich muss gleich mal anpflanzen. Echt, jetzt hab ich Mais? Echt nur so wenig hier? Was ist Korn noch? Das sind auch mindestens 10 Beete zu wenig. Nur? Das long grass heißt es, nicht Korn. Okay. Korn ist was anderes. Ich hab echt bloß 250. Wie kommt's? Hä? Moment. Ich hab ja... Ich hab ja... Ich hab ja noch Reservebeete. Für so und solche Fälle. Mhm. Da. Zwei. Ja, schon drei, oder? Drei Beete noch. Okay, wir machen zwei. So, wo ist denn... Was ist denn da jetzt nicht benutzt? Wo bin ich denn hier? Hier bin ich richtig. Zieht, 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 zieht. Ich hab ja noch... Da hab ich schon Backup-Beete. Einmal. Sag dir, was unter 1000 ist, kriege ich... Schwitzig. Okay. Anscheinend braucht man die. Habe ich mich damit eingesprüht. Und hab die an. Ja, nimm dir aber mehr mit, weil das kann währenddessen ablaufen. Der darf nicht mehr als er noch brauchen. Boah, ne 50, ganz krass. Boah, du... Druckst du dich nicht? Hast du nicht Schiss? Alter. Wie? Ein Rund fertig. Wow. Okay. Und ich bin eine halbe Stunde hinterher gerannt. Und hab so geschwitzt immer das links, rechts, alles. Boah. Wisst ihr noch von früher? Boah, ich bin so hinterher gelaufen. Ich hab geschwitzt. Ich hab gesagt, Chat, ich kann nicht mehr. Okay, guck mir uns die Werte an. Bester Wert auf... Ja, Food und Damage. Auf Laufen. Laufen. Food, Damage und Laufen. Ja, aber... Aber der ist okay. Aber bei 8... Und wir hatten doch früher auch 8 oder 10, und das war nicht so krass. Das haben sie wirklich noch geändert. Ich weiß noch, dass... Dass ich bei 8 oder 10 trotzdem gewartet hab, bei vielen Sachen. Ich hab ein Max-Temp-Mantes. Ich hab das. Jawoll. Cool. Du kriegst mich immer allein zum Spaß haben. Dankeschön. Dankeschön. Böschen. Hä? Wird das Empfangstörungen oder was? Aber du traust dein Mikrofon. Tja. Also wir haben wirklich früher sogar teilweise noch höher Taming gehabt und es... Es ging nicht so schnell. Haben sie safe irgendwas verändert. World-First-Mantes auf diesem Server. Max-Level. Geht's jetzt? Stolz auf dich, mein Sohn. Du brauchst aber einen starken Sattel für die. Die ist halt so schwach. Die hält kaum was aus. Die Kleine. Und so warte. Ich bin grad ein bisschen... Kann man diese Pfeile nicht irgendwo machen, gell? Ja. Diese... Diese Teile. Diese besseren Pfeile. Die ist halt so ekelhaft, die zu machen hier. Ja. Jetzt gäbe ich den Spitzhack mal in der Hand. So. War das so? Oder? Ja. Dann hat sie Doppel-Spitzhack hier. Das ist so geil. Kann die nicht irgendwie springen? Ah ja. So. Rechte Monsters denn, ne? Kann ich auch schwimmen? Boah. Ist ja ein richtig schlechter Schwimmer. Mhm. Na Gott. Okay. Mal schauen. Ich brauche ähm... Gott, boah. Wir haben die echt mit Katzen aus einem Viechtaufe. Voll erschreckt. Was passiert eigentlich, wenn ich die mit Spitzhacken in die Kugel... Nix. Die bleibt da. Das habe ich so eingestellt. Normalerweise bleibt die. Weil das ja... Weil du hast das ja equipped. So wie... Helm oder sowas. Kann man einstellen. Tatsächlich. Ja. Ja klar. Glaub doch dem... Glaub doch dem Admin. Hine. Hier. So. Wie kriege ich jetzt das Spoilt Meat? Wo habe ich das gestern gemacht? Was hat denn Meat gespoilt? Was für ein Ding? Irgendwas habe ich getan. Es war irgendwie... Gespoilt. Wo ist denn hin getan? Ähm... Was boilt denn das Meat? Hier. Das Ding. Tu mal da rein. Hier. Tee. Geht nicht schnell, aber... Für jetzt reicht's. So. Da machen 2.000 Meat Spile. So. Muss ich auch nicht immer sofort haben. Moin da bin ich wieder. 30er Dilo. In welcher Richtung waren denn nochmal diese... Da lang ja. Wie ist das hier? Was ist das? Westen. Also nach Westen. Warte mich trotzdem, wenn ich das so beobachte. Wer hatte denn die Idee? Äh... Lass eine riesen Heuschrecke machen. Und... Und die kann Schwerzeuge in der Hand nehmen. Aber wie die Idee? Das ist einfach von früher kopiert. Das gab's doch in echt bestimmt oder nicht? Achso. Ja, na klar. Wer kennt's nicht? Dinosaurer... Dinosaurier Zeitalter. Mit Heuschrecken mit... Mit Heuschrecken mit Heuschrecken. Ja. Ne? Da haben wir es nicht gelebt hast. Das hast du nicht genossen. Ne. Musst du mal dort schon in den Spitzen. Rexy ist auch langsam hier. Auf dem guten Weg. 23 Prozent. Was? Du nennst den Rexy? Ne. Den nenn ich Hezlon. Schau mal. Die muss jetzt aktiv werden. Die geht irgendwie nicht. Die... Die müsste aktiv werden. Naja, die war vorhin schon mal so eine. Die ist irgendwie kaputt oder erschreckt oder keine Ahnung was mit der ist. Die kann nichts machen mit der. Nimm doch keinen Schaden. Die ist wild. Die guckt erst mal. Hat sich in den Schneckenhäusern verkrümelt oder so. Das ist die Immortalschnecke. Da kommt ein betäubter Deal auf mich zu mir. Titanboar kommt auch hier. Ja, mach dir die Türke. Und da noch so eine. Da kann man noch 10er rausnehmen. Passt das jetzt oder nicht? Ist der jetzt wieder... Ist der jetzt wieder... Hat sich der wiederbelebt jetzt hier? Der Typ hier. Der muss komplett recken. Noch ein Dilo. Noch ein Dilo. Oh fuck. Ich hab doch, ich hab Spaß an dem Teacoleo. Ich... das... Ist echt cool das Ding. Darf ich jetzt? Okay, die geht wieder. Ich steck mich mal nicht absteig. Hier. Bitteschön. Wie viel braucht die? Zwei wieder? Okay. Mahlzeit. Gönn dir. Kuh. So weiter geht's. Wespen. Wespen. Ich weiß nicht. Schweinchen läuft da vorne bestimmt von der Schlange oder so wieder. Hier, Richtung Westen muss ich. Einfach die Karte aufdecken. So im... Wald oder was ist das? Okay, zum Glück mach das gar nicht. Wieso greifen die Stierges nieder und nicht an oder umgekehrt. Das ist doch Main hier. Einen Tavis. Wie hoch? 60. Was nützt mit dem? Doch springen. Weiß nicht. Titan Bohr. Schon wieder. Wie süß. Der kommt ja doch ein. 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 Ja klar, sobald du was tötest, will der ja noch Aas fressen. Ah, Aas fressen. Ja, 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 ja. Okay, okay. Da haben sie recht. Argentavis noch einer. Aber die Aas fressen in der Wüste sind noch schlimmer. Die die Spoilt Meat direkt. Geier. Geier, genau. Und. Bei uns, ausges luft. Und ist es richtig.